Nach Preisschock mehr Geld trotz Krise Das Institut der deutschen Wirtschaft veröffentlichte kürzlich eine Studie, die zeigt, dass die Realeinkommen der deutschen Haushalte nach dem Preisschock der vergangenen Monate wieder auf dem Niveau vor der Krise liegen. Dies bedeutet, dass die Menschen trotz der gestiegenen Preise letztendlich mehr Geld zur Verfügung haben. Die Nettolöhne sind gestiegen, ebenso wie die Renten. Dies ist vor allem auf die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland zurückzuführen. Die Arbeitslosenquote ist niedrig, die Beschäftigungslage stabil und die Lohnentwicklung positiv. Dennoch gibt es auch Schattenseiten. Nicht alle Haushalte profitieren gleichermaßen von der positiven Entwicklung. Vor allem Geringverdiener und Rentner mit kleinen Renten haben es schwer, mit den steigenden Preisen Schritt zu halten. Es bleibt also wichtig, die soziale Schere nicht weiter auseinander gehen zu lassen und sicherzustellen, dass alle Bevölkerungsgruppen von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren. Es ist ermutigend zu sehen, dass die Realeinkommen insgesamt wieder auf dem Vorkrisenniveau liegen, aber es gibt noch viel zu tun, um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu stärken. Es ist ermutigend zu sehen, dass die Realeinkommen sind. Es ist ermutigend zu sehen, dass die Realeinkommen sind. Untertitelung des ZDF, 2020